Hallo Simson-Freunde, ich möchte euch heute hier noch ein Mini-Mobel zeigen. Es ist aus vielen einzelnen Simson-Teilen zusammengebaut, wie zum Beispiel der Motor ist von einem SR50, der Rahmen ist von einem SR51, die Delegabe ist auch eine SR51, die Räder sind vom SR50, der Gotflüge SR50 und der Tank vom SR2. Manche Teile wurden auch modifiziert. In meinem Kanal findet ihr auch noch weitere Mini-Mobeds, die könnt ihr euch auch alle gerne ansehen. Wenn euch das Mini-Mobed einigermaßen gut gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Also viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Wenn ihr sie etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Tast und zoomt es euch an. 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 10 10 11